Moin Moin zusammen, in diesem Video gleich der super simpel anhand eines Beispiels, was der Lohmann-Ruchte-Effekt ist, wie man ihn ganz einfach berechnet und was du darüber alles wissen solltest. Und am Ende gibt es noch eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Also der gute alte Lohmann-Ruchte-Effekt, auch Kapazitätserweiterungs-Effekt genannt. Beschreib den Zwang, dass wenn du durch Abschreibung irgendwelche Mittel freisetzt, finanzielle, dass du diese in deine Ersatzinvestition investierst und dann muss dadurch ein kontinuierlicher Wachstum deines Anlagevermögens vorstehen. Okay, was meine ich jetzt damit? Folgendes Szenario. Nun benutzt du diese und dann nutzt sie sich natürlich ab und du hast Abschreibungen. Und in der Theorie geht man jetzt davon aus, dass jedes Jahr, wenn du diese Abschreibung hast, dass du diese Abschreibungen auch deinen Kunden eben auf die Produkte in Rechnung stellst und dass du diesen Betrag, diese Abschreibung durch den Verkauf, durch den Erlös deiner Produkte oder Dienstleistungen diese Kohle wieder reinholst. Das ist die Theorie dahinter. Einfach sagen, so ist es, fertig, mehr musst du nicht verstehen. Gut, und jetzt, wenn die zum Beispiel zwei Jahre lang hintereinander abgeschrieben wurde, ist so viel Geld über diese Abschreibungen freigesetzt worden, also diese freigesetzten Mittel, dass wir uns direkt von dem Geld einen neuen kaufen können. Dann haben die beiden wieder ihre Abschreibungen, weil die wieder ein Jahr lang laufen und von diesem Geld können wir uns wieder eine Ersatzinvestition holen. Und so geht das immer, immer weiter. Was mache ich das jetzt? Lass uns mal ein Beispiel durchgehen. Folgendes Szenario. Du hast eine Maschine, einen Fuhrpark, eine Maschine, eine Betriebsanlage, egal was, und das hat eine Anschaffungskosten in Höhe von 30.000 Euro. Die Nutzungsdauer ist insgesamt sechs Jahre, bedeutet sechs Jahre lang kann ich zum Beispiel diese Maschine hier nutzen. Danach ist die Schrott nichts mehr wert. Das muss man auch beim Lohmann-Ruch-Defekt so behandeln. Das ist die Theorie dahinter. Und jetzt fängst du einfach an. Das Unternehmen hast du gegründet und du fängst jetzt mit vier Maschinen an. Flup. Was passiert jetzt also? Und jetzt kommt der Lohmann-Ruch-Defekt ins Spiel. So berechnet man das ganze System. Du hast hier dein Jahr. Dann, wie viele du am Anfang an Bestand hast. Und nun findet die Abschreibung statt. In Höhe von 20.000 Euro. Wie komme ich auf die 20.000? Naja, eine Maschine kostet ja 30.000. Wenn die sechs Jahre lang hält, dann kann ich 30.000 durch sechs teilen und dadurch habe ich die Abschreibung pro Jahr. Also 5.000 Euro. Wie viele Maschinen hatte ich jetzt dieses komplette Jahr lang in Betrieb? Vier Stück. Also 5.000 mal vier sind wir bei 20.000 Abschreibung für diese Fahrzeuge in diesem Jahr. Reinvestieren können wir jetzt noch nichts, weil wir müssten ja 30.000 Euro haben, damit wir eine neue Maschine kaufen und reinvestieren können. Wir haben aber nur 20.000 Euro Abschreibung. Diese Kohle von unseren Kunden wieder reingeholt in der Theorie. Also haben wir 20.000 übrig. Und das speichern wir sozusagen auf so einem Restposten. Ein Jahr vergeht wieder. Was bedeutet das? Im zweiten Jahr haben wir immer noch vier Maschinen rumstehen. Super, weil die halten ja sechs Jahre. Und es sind ja jetzt erst zwei Jahre rum. Und nun passiert folgendes. Wir haben wieder unsere Abschreibung von unseren vier Maschinen. Haben aber, das sind ja 20.000. Jetzt hat folgendes gemacht. Diese 20.000 aus dem Vorjahr, die hier, plus die 20.000 Abschreibung, die wir in diesem Jahr haben, im zweiten, ergeben doch insgesamt dann 40.000, die wir auf unserem Restposten sozusagen rumliegen haben. Und weil 30.000 eine neue Maschine kostet, rechne ich 40.000 minus 30.000. Und dadurch habe ich mir eine neue Maschine holen können. Zack. Also ist hier ein Zugang am Ende des Geschäftsjahres von einer neuen Maschine hinzugekommen. Also hat die auch eine Reinvestition von 30.000 stattgefunden. Und 10.000 war wieder übrig. Das geht wieder auf unser Restekonto. Also merken. Der Zugang findet dann auch immer am Ende des Geschäftsjahres statt. Die Maschine ist hier am 31.12. gekommen. Die kann erst am 01.01. arbeiten und kann dementsprechend dann abgeschrieben werden. Das sieht man jetzt hier. Drittes Jahr. Jetzt haben wir einen Bestand. Fünf Stück. Die Abschreibungen haben sich erhöht. Warum? Ja richtig. Weil wir ja jetzt aus dem Jahr, in dem Jahr waren fünf Stück im Betrieb. Das bedeutet, ich muss auch für fünf Stück abschreiben. Also wieder 5.000. Wir haben fünf Stück im Betrieb gehabt. Also sind es 25.000. Und jetzt hat unsere gesamten 10.000 aus dem Vorjahr. Und unsere 25.000 in dem Jahr sind ja 35.000. Das bedeutet, wir könnten wieder 30.000 in den neuen Maschinen investieren. Haben wir auch gemacht. Sind wieder 5.000 übrig. Also hier wieder 30. Wieder plus eine. Und jetzt sehen wir schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt sind sechs Stück im Betrieb. Einmal hier die fünf und einmal die neue hier am Ende des Jahres. Jetzt geht es uns nächstes Jahr über. Viertes Jahr. Jetzt haben wir ja sechs Stück hier im Betrieb. Wunderbar. Auch hier haben wir jetzt wieder unsere Abschreibung. Und jetzt ist es spannender. Jetzt ist unsere Abschreibung so hoch, dass wir sofort wieder reinvestieren können. Und nun geht es immer so weiter. Flipp, flopp, flopp. Auch da wieder ein Jahr hinzu. Wir haben wieder unsere Abschreibung. Die erhöht sich wieder, weil wir wieder mal mehr Maschinen im Bestand haben. Aber im sechsten Jahr ist jetzt genau der Punkt passiert. Sechs Jahre lang konnten wir die ganzen, die wir am Anfang hatten, diese Maschinen nutzen. Das heißt, jetzt hat in dem Jahr, flupp, gehen die aus dem Bestand raus. Am Ende des Geschäftsjahres. Die Abschreibung davon haben wir aber trotzdem noch von denen gehabt. Weil wir hatten ja acht in diesem Jahr im Betrieb. Also acht bei 5.000 sind 40.000. Die vier sind am Ende des Jahres weg. Die 40.000 plus die 10.000 aus dem Vorjahr sind 50.000. Davon können wir 30.000 nutzen. Also hoffen wir wieder eine neue. Zack, haben wir hier wieder eine neue. Und 20.000 haben wir auf unseren Restposten. So. Und dann geht das Ganze wieder so weiter. Immer und endlich lang. Und der Lohmann-Ruchte-Effekt sagt, eben wenn man das genauso macht, dass man die Abschreibung immer wieder reinvestiert in dieselbe Maschine, die dann auch so genauso viel kostet, dass es dann im Endeffekt auf eine Zahl hinausläuft, die man dann als maximalen Bestand hat. Und das sieht man jetzt hier. Das sind sechs. Das bedeutet, der Lohmann-Ruchte-Effekt ermittelt mir einfach nur, wie viele Maschinen habe ich dann kontinuierlich für immer, in Anführungszeichen, wenn ich jedes Jahr sozusagen diese Abschreibungen wieder reinvestiere, sobald es möglich ist, dementsprechend eine Maschine anschaffe und die anderen wieder weggehen und so weiter. Und genau dafür gibt es eine Formel. Der sogenannte Kapazitätserweiterungsfaktor. Der ist in dem Beispiel hier 1,71. Was wir machen jetzt damit? Der Kapazitätserweiterungsfaktor, KIF oder auch kurz K genannt, wird berechnet, indem wir 2 mal N rechnen. N ist dann die Nutzungsdauer in Jahren von der Maschine, geteilt durch wieder die Nutzungsdauer plus 1. In unserem Beispiel 2 mal 6 geteilt durch 6 plus 1. Und dadurch komme ich eben auf diese 1,71. Und die bedeutet einfach nur, dass wenn ich meine sozusagen meine anfangsinvestierte Anzahl, diese 4, um 71% erhöhen würde, dass ich dann auf meine maximale Anzahl rauskomme, die man durch diesen Lohmann-Ruchti-Effekt als maximalen Bestand haben kann. Das kann man wieder so rechnen oder ganz simpel, man nimmt den Kapazitätserweiterungsfaktor mal deine Anzahl, die du am Anfang hast, in dem Beispiel hier 4, und dann habe ich meine maximale Anzahl. Also 1,71 mal die 4 Stück ist gleich 6,86. Und egal, was du in der Mathematik gelernt hast, hier musst du immer abrunden. 6,99 abrunden, 6,86 abrunden, immer auf 6 dann. Das bedeutet, 6 Stück haben wir maximal, und das siehst du jetzt auch hier, schau mal, der Bestand geht anfangs hoch, sogar höher bis 8, dann fällt der wieder ein bisschen und dann bleibt der konstant bei 6. Und das ist eben genau dieser Kapazitätserweiterungsfaktor, wo ich den ermitteln kann, okay, bis zu welcher Kapazität ist es denn möglich, maximal rauszugehen, wenn ich immer meine Abschreibungen hernehme und diese reinvestiere. Das sieht man jetzt auch hier charmant. Man sieht, dass anfangs das Ganze schön hochgeht, der Bestand, dann kommt eine dicke Abschreibung von meinem Anfangsbestand, weil die vier Maschinen dann plötzlich weg sind, dann erholt sich's wieder und dann bleibt es immer konstant für die nächsten Jahre, hier 20, 30, 40, immer weiter. Und hier sind sie versprochen, die Übungsaufgabe für dich. Probier's mal selbstständig, halt das Video an. Rechne mal bis 8 Jahre runter, rechne mir auch den Kapazitätserweiterungsfaktor aus und wie viel er maximal ich dann haben kann. Die Lösung kommt nämlich jetzt. Wunderbar. Also Kapazitätserweiterungsfaktor haben wir 1,60. Die maximale Anzahl, wenn man dann eben die 6 mal 1,60 rechnet, kommt abgerundet 9 raus. Und das sieht man jetzt auch schön hier. Man hat einen Bestand, hat seine Reinvestition. Hier hat man direkt am Anfang des ersten Jahres gleich eine Reinvestition. Spannende Sache. Also wieder berücksichtigen. Zack, untergerechnet, so hat man es. Ich habe eine Exit-Datei entworfen, wo das Ganze automatisch berechnet wird. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung.